ja hallo und herzlich willkommen meine freunde es geht vom tag auf arena ist jetzt schon eine ganze weile draußen und wir haben einige eindrücke sammeln können ich natürlich auch und es gibt sehr viel positives aber natürlich auch andere problemchen die rundherum bestimmt schon selber mitbekommen habt oder in anderen videos angesprochen wurden oder halt auch bei anderen streamern beobachtet hat dass es da tatsächlich die ein oder anderen sachen gibt die nicht so toll sind und an dieser stelle möchte ich auch mal so ein bisschen mein senf dazugeben ein bisschen was dazu sagen was meine andrücke sind das nicht nur battle state games daran schultert dass escape from tag of arena aktuell etwas zähfließend ist beziehungsweise ein paar problemchen hat die einen abnerven etc sondern dass auch einige spieler und streamer mit daran zu schaffen haben dass es bei escape from tag of arena nicht so toll läuft wie gewünscht escape from tag of arena ist released worden und es gab natürlich einige problemchen die dinge sind dass wir uns wieder vorstellen dass alles perfekt läuft manche kritiken sind auch einfach richtig da gehe ich auch gleich weiter noch ein ich habe selber auch kritikpunkte andere sind aber auch teilweise so überzogen wo ich selber sage haben ein spielbares spiel bekommen es macht spaß es holt mich ab ich will weitermachen etc pp das sind sachen die ich von dem spiel erwarte und wo ich immer hoffe dass dieses spiel mich auch am anfang abholt bei mir ist es passiert wenn es bei euch vielleicht nicht so war tut es mir sehr leid ihr könnt natürlich auch immer gerne in die kommentare schreiben und drunter was eure beweggründe sind wieso weshalb ihr das gut oder schlecht findet so kommen wir nach der ansprache jetzt erstmal zu dem positiven ich habe tatsächlich das glück gehabt gleich als allererstes mit dabei zu sein und durch zu starten und ich muss euch sagen direkt am release day lief dieses spiel butterweich ich hatte q times es war einfach fantastisch ich habe keine ahnung keine zwei minuten gebraucht in einem um in einem match zu landen die performance war super meine fps waren einwandfrei ich habe keine ruckler keine micro ruckler gehabt ich habe einfach spaß am spiel gehabt spaß daran gehabt mich vorzuarbeiten in der repetition oder einfach auch bei den loadouts um die freizuschalten beziehungsweise diese presets und es hat einfach spaß gemacht dieses spiel zu genießen in den ersten stunden hat einfach spaß gemacht die atmosphäre ist immer noch die takos atmosphäre während der fights gleichzeitig sind die maps auch echt gut natürlich gefällt einem die ein oder andere etwas weniger gut und mit den maps und dem ganzen aufbau finde ich das eigentlich alles eine ganz runde sache und ich muss tatsächlich auch an dieser stelle sagen dass takov arena mich positiv überrascht hat ich habe tatsächlich schlimmeres erwartet natürlich man konnte schon ein bisschen was sehen und konnte sich dann vorstellen okay es wird nicht einfach so ein call of duty klonen oder beziehungsweise so eine ähnliche art davon natürlich sind einige mechaniken dabei die wir aus diesen competitive games wieder erkennen aber trotzdem verwandelt das takov nochmal in seine ganz eigene welt zu den positiven sachen gehören natürlich noch mehr sachen die aufmachung die menüführung die einzelnen gadgets die man dort sieht die aufmachung wie es im endeffekt angeordnet ist auch die leier wie können wir verfolgen welche presets wir freischalten dass wir in die einzelnen loadouts reingucken können was für munition habe ich dabei was für medkits und so weiter was weiß ich genau schon vorher was mich erwartet in diesem loadout mit den ranking systemen man hat zumindest einen klaren überblick wo es im endeffekt hingeht wo die reise hingeht und auch natürlich was die späteren modi angeht alles super angeordnet sehr einfach gehalten ohne viel tohu wabohu muss ich ganz ehrlich sagen finde ich sehr angenehm ohne irgendwelche sounds die mich wegflaschen 5000 super klicks die ich extra machen muss um dann endlich da in dieses menü zu kommen also es ist schön einfach gehalten irgendwo wie bei escape from takov im menü selber auch man findet sich da sehr wieder jetzt gerade an die escape from takov spieler die das spiel auch schon eine ganze weile kennen ich denke da findet sich jeder wieder und es kommt einem einfach vor als wäre einfach nur ein kleiner patch bei takov passiert und ansonsten wüsste man sofort wo man sich da wieder findet für alle neuen spieler ist es denke ich mal auch etwas erfrischend weil es doch relativ einfach gehalten wird und man schneller dahin kommt wo man wirklich hin will sage jetzt mal was die menüführung angeht und so weiter es ist übersichtlich man weiß eigentlich schnell wo es lang geht und ich glaube sich dort rein zu fuchsen dauert als neuer spieler nicht so lange wie bei manch anderen games dazu noch einmal positiv das handling vom charakter von der waffe natürlich sind die einzelnen loadouts teilweise etwas schwerer spielbar aber wir dürfen auch nicht vergessen es geht hier alles in hardcore realismus über das ist natürlich bei dem einen oder anderen loadout mit einer schwereren waffe oder eine schlecht gemoddeteren waffe natürlich von der ergo her schlechter ist ist ganz logisch aber ansonsten finde ich das echt gut mit dem handling man findet sich dort schnell wieder und ich bin auch der meinung dass gerade neue spieler jetzt gerade aus dem freundeskreis muss ich ganz ehrlich sagen habe ich kaum jemanden der sagt er hätte da probleme natürlich ist das ein ganz anderes handling als beispielsweise call of duty oder was auch immer aber trotzdem können die leute damit gut umgehen und das finde ich gerade was battle state games dahin abgeliefert hat finde ich da auch schon mal super dass gerade neue spieler sich dahingehend auch relativ schnell zurecht finden positives erwähnt man irgendwie immer viel zu wenig aber es sind halt auch immer die kleinigkeiten die man großartig nicht deswegen aufzählt aber die halt dieses gesamtbild im endeffekt angenehm machen und das zeigt dass vieles an escape from tarkov arena einfach positiv ist weil es spaß macht weil es einen abholt und dass da die positiven kleinigkeiten natürlich ein bisschen in den hintergrund geraten ist irgendwo schade ich könnte jetzt hier tatsächlich auch noch ein bisschen mehr ausholen aber ich möchte mich jetzt nicht auf die kleinigkeiten begrenzen sondern die wichtigsten punkte habe ich jetzt erstmal angesprochen und jetzt kann man tatsächlich erstmal zu den punkten die auch mir negativ aufgestoßen sind und vor allen dingen die die auch ihr also wir selber verursachen und euch vielleicht mal da ein bisschen darauf sensibilisieren dass ihr es vielleicht nicht macht oder anders tut und damit kommen wir auch gleich zu dem part der uns betrifft also uns spieler also euch und auch streamer die auch einfach ganz normale spieler sind aber die uns halt betreffen und wodurch wir uns selber gegenseitig das leben in escape from tarkov arena schwer machen und zwar hat das bestimmt schon der ein oder andere gemerkt dass wenn wir im loading screen sind und wir wollen ins match etc pp und es geht zum loaden wir sind schon über den loading server hinaus und dann kommt waiting for players und dann geht's los leute denen es zu lange dauert alt f4 schließen das game starten ist dann neu irgendwann beziehungsweise eine minute später oder was auch immer dass sie da aus dieser queue rausfallen immer in der hoffnung dass sie schneller ein neues match finden als das wo sie jetzt gerade warten dass es hier an der stelle aber aktuell gerade so ist dass die zwei spieler rausgehen und der rest warten muss bis dann im endeffekt dieses spiel wieder realisiert dass da jetzt gerade was nicht läuft weil zwei spieler fehlen wird man am ende wieder in eine warte queue die einfach weiter zählt dann registriert ist das spiel wir fangen wieder von vorne an matchen wieder neu kommen wieder über loading server was tatsächlich auch öfter mal länger dauert kommen dann wieder zum waiting for players und da dauert es dann wieder jemandem zu lange und er meint hier raus zu gehen mit seiner gruppe oder alleine was auch immer und es fängt für den rest wieder von vorne an natürlich ist das die eine sache wie der entwickler das handelt aber ganz ehrlich ihr müsst doch auch irgendwo mal ein bisschen abwarten können und nicht so egoistisch sein und sagen ich habe keine zeit für die scheiße ich mache das so sieben leuten drei leute von euch ihr seid ein dreier team ihr geht raus die restlichen sieben müssen jetzt länger warten und fangen wieder von vorne mit der ganzen scheiße an weil ihr im endeffekt rausgegangen seid aus dem ganzen quatsch und ich habe auch leider gottes streamer beobachtet denen teilweise zwei minuten queue time also zwei minuten vom drücken bis loading server und dann im waiting for players denen das zu viel war und die dann als dreier oder vierer team was auch immer gecancelt haben um dann den rest wieder warten zu lassen denkt man bitte nicht nur an euch diese eine minute oder was auch immer da noch hinten dran kommt ihr wisst doch gar nicht wie lange ihr noch wartet vielleicht wäre es im nächsten moment losgegangen dann kommen auf einmal durch diese ganzen ich gehe raus ich gehe raus ich gehe raus queue time für mich zustande 21 minuten oder mehr hört auf damit so und gerade wenn sich schon bei anderen spielen ein bisschen was abgeschaut wird dann bin ich gerade bei diesen livern oder bei diesen waiting for players livern die dann einfach das spiel verlassen während wir noch alle im wartes screen sind dass dort keine bestrafung stattfindet es gibt viele bestrafungssysteme gerade league of legends und so weiter da kennt man das auch her lieft jemand einfach während dieses prozesses kriegt man erstmal eine verwarnung beim ersten mal kann ja irgendwas schief gelaufen sein beim zweiten mal kriegt man timeout fünf minuten lang kann man nicht weiter denken und das steigert sich dann halt weiter und wenn das jemand halt exzessiv nutzt dann wird das halt mal ein stunden timeout 24 stunden timeout was auch immer dass da ein riegel vorgeschoben wird dass die leute das einfach exzessiv nutzen und so im endeffekt immer wieder andere leute dafür panischen warten zu müssen da bin ich halt der meinung sollte man auch schnellstmöglich ein purge system einführen natürlich ist es doof für die die einen verbindungsabriss haben sicher deswegen ja auch die verwarnung am anfang aber wenn das dauerhaft passiert kann mir keiner erzählen er hatte 20 oder 15 verbindungsabbrüche hintereinander also ganz ehrlich wenn das passiert dann habt ihr probleme wurde im internet und sollte vielleicht auch mal das problem angehen und wo wir noch mal bei bestrafung sind geht es auch noch darum was es mit team kills team kills können in jedem game passieren manchmal kriegt man sich mal mit weil man einfach das armband zu spät sieht oder weil man die ganze zeit rot gespielt hat blau töten musste und dann auf einmal ist es umgekehrt und man muss auf einmal rot töten killt trotzdem weiter seine blauen nur vereinzelt aber es passiert halt mal ich denke es wird jeden schon so gegangen sein das sollte man natürlich nicht perchen oder bestrafen aber wenn einige das bestimmt von euch auch schon beobachtet haben gibt es leute die aus irgendeinem grund mad sind und jemanden gerade schon bevor die runde losgeht im waiting sektor erschießen oder das ganze team wipen oder auch während der runde einfach den leuten in den hinterkopf schießen um weiß ich nicht um minus geld zu machen weil es spaß macht keine ahnung was auch immer auch hier fehlt dieses bestrafungssystem natürlich wird einem geld abgezogen aber an sich ist das für jemanden keine bestrafung bestrafung ist wenn er nicht mehr die möglichkeit bekommt mitspielen zu können und das muss auch hier einfach eingeführt werden dass hier eine bestrafung stattfindet jemand der exzessiv jemanden team killt der muss einfach rausfliegen der fliegt aus der lobby alle kriegen ihre punkte wieder aber es kann nicht sein dass die sich da frei ausüben können die runde ist für einen arsch und man leidet drunter auch hier fehlt das noch und da bitte ich die entwickler tatsächlich findet da einen weg um das schnellstmöglich zu beheben damit die leute da nicht ungünstig bei einigen plebos jedes mal mit drin sind und gerade bei der aktuellen waiting time ist man froh wenn man in der runde ist und wenn denn solche leute dabei sind und ich hatte mich ja positiv zur performance geäußert das stimmt an sich trotzdem wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen auch so gehen dass wir mit desings zu kämpfen haben entweder sind die deathcams nicht richtig also wenn wir erschossen wurden dass wir danach verfolgen können sagen wir sind meine schüsse überhaupt bei ihm reingegangen da sind kommen teilweise sachen zustande wo ihr wahrscheinlich geschossen habt ihr wart voll drauf habt dem gefühl 30 schuss in seinen kopf reingeschädelt ihr habt sogar das blutspritzen sehen am schädel ihr habt dieses loch ihr konntet durch dieses loch gucken und trotzdem ist er nicht umgefallen er hat euch niedergemäht und in seiner deathcam seht ihr dass ihr alles an ihm vorbeigeholzt habt entweder ist man blind und man hat wirklich nicht getroffen oder wir haben hier aktuell immer wieder mal desing probleme die wahrscheinlich auch schon vermehrt aufgetaucht sind ich habe dieses phänomen auch schon öfter beobachtet mal zu meinen gunsten mal zu gunsten des gegners hier muss tatsächlich noch ein bisschen gefeilsch werden es läuft zwar schon gut ich möchte jetzt nicht sagen escape from tarkov hat auf jeden fall noch mehr desing probleme aber bei tarkov arena merkt man es halt umso stärker weil das spiel einfach wesentlich schneller fungiert als escape from tarkov normal so nächster punkt der tatsächlich jetzt eher mehr an die entwickler geht ist halt tatsächlich wie eben gerade auch schon angesprochen das mit der waiting time oder beziehungsweise searching for server es dauert ewigkeiten bis wir im server finden das ist jetzt alles aufgrund der ganzen spielermassen wohl passiert und so weiter das ist verständlich aber meiner meinung nach muss ich ganz ehrlich sagen ich rechne mit einer gewissen spieleranzahl dann sorge ich als entwickler aber auch dafür dass so viele server zur verfügung stehen dass diese masse aufgefangen werden kann und wenn da q times nur über über searching for server von über fünf minuten dann muss ich ganz ehrlich sagen ist da was ordentlich falsch gelaufen und dass das jetzt aber auch nach den zwei wochen oder fast drei wochen jetzt immer noch so geht das kann es halt nicht sein da kann ich halt nicht verstehen dass da nicht gehandelt wurde und bis jetzt im endeffekt zwischendurch zu primetime zeiten also abends ab 20 uhr oder was auch immer dass da im endeffekt die leute immer noch so heftige searching for server zeiten haben ja dass dieser ganze loading prozess irgendwie ein bisschen fragwürdig ist gerade weil wir halt am anfang erst mal bestätigen müssen wenn wir in die arena rein wollen dass wir reinkommen wollen dann wird alles mögliche geladen dann dürfen wir erst unseren preset aussuchen haben wir noch mal 90 sekunden während wir unseren preset aussuchen also wir haben noch mal 90 sekunden zeit um unseren preset auszusuchen ab dann geht es dann auch noch mal weiter mit dem nächsten laden was dann meistens schnell geht wenn nicht irgendjemand connection lost hat oder falls sich jemand einfach dann doch denkt ich habe keinen bock mehr dann kommen wir eigentlich relativ flüssig ins game aber bis dahin ist so viel zeitverzögerung was totaler quatsch ist erstens klicke ich auf arena spielen ich möchte jetzt rein da dann will ich da rein dann brauche ich nicht bestätigen gerade teilnehmen möchte weil jetzt gerade ist es dann für bay für airpit oder für sonst irgendwas für bowl sondern ich habe vorher ja schon alle angeklickt und habe gesagt es ist okay auf diesen maps möchte ich spielen dann brauche ich das am anfang nicht mehr zu bestätigen das heißt beim ein matching fertig nicht noch mal extra bestätigen selbst da haben anscheinend einige spieler ein problem noch mal auf akzeptieren zu drücken wo ich mir selber denke wenn dieser trigger finger im spiel funktionieren muss wie könnt ihr das nicht schaffen auf diesen knopf zu drücken in dem moment es ist gefühlt immer der letzte der zehnte von der reihe kriegt es immer nicht hin zu drücken wo ich mir selber frage wo ist das problem ist das hier tatsächlich ein problem von einem immer einem dude es gibt immer so einen toten spieler der dabei ist und nicht drückt keine ahnung was das soll oder ob das tatsächlich irgendwie ein software fehler ist ich weiß es nicht auf jeden fall ganz schlimm den schritt könnte man sich sparen man hat matching gedrückt fertig man wird gematcht alles ist gut preset kann man sich auch sparen man kann doch im menü schon auswählen welchen preset man spielen möchte das eh keinen einfluss darauf hat wenn wir im preset menü sind ob wir noch irgendwas anderes anlegen wollen weil wir nicht sehen was unsere teammitglieder anlegen etc pp können wir da eh keinen einfluss drauf nehmen vorher bevor wir überhaupt ins arena battle play drücken einfach schon preset auswählen mit diesem preset spielen wir und gut ist wir sparen uns diese sämtliche geklicke er kann in eins durchladen und am ende geht die runde einfach los dann kommen wir zum ranking system und zu dem preset selber ja dass dieses system nicht wirklich ausgereift und getestet wurde das dürfte mittlerweile glaube ich jedem klar sein das ranking system eh schwer zu schaffen großartig sprünge zu machen um aufzusteigen ist eh nochmal das ding das heißt die meisten werden sich so im delta plus oder charlie bereich befinden jetzt mal ganz unabhängig davon wie viel skill jeder hat die presets sind teilweise ja so stark wenn wir jetzt wieder an das preset was jeder jetzt gerne erwähnt gerade alt hin und redout so dieses preset ist schwer durchdingbar gerade für alpha spieler die auch die plus gewertet sind starten da als neue spieler mit ihrer vergammelten pistole oder was auch immer starten die rein scheiß money und müssen gegen jemanden bestehen der einen alt hin und eine redout trägt das funktioniert nicht das sollte mittlerweile auch jedem klar sein die presets müssen natürlich irgendwo in tier level unterteilt werden aber es kann halt nicht sein dass ein tier einser gegen ein tier siebener spielt funktioniert einfach nicht gerade wenn wir uns im kompetitiven rahmen bewegen muss da einfach was anderes passieren und da wird sich bestimmt auch noch was ändern aber da muss ich auch wieder ganz große kritik sagen dazu dass hier nicht genug vorarbeit geleistet wurde oder jetzt einfach mal aus unternehmerischer sicht wäre es doch wichtig wie ist es für jemanden der frisch einsteigt wenn das spiel schon eine weile gelaufen ist das heißt ich habe jetzt sagen wir mal jemanden der durchschnittlich wird aktuell tier siebener hier gespielt jetzt kommt einer rein und kann halt erstmal nur tier eins spielen wie ist das für den wenn der einsteigt hätten die geprüft wie das ist dass der am anfang da steht mit seiner pistol oder mit seiner tracer moon und versucht einen typen mit alt hin und redout niederzustrecken wäre den entwicklern doch schon frühzeitig aufgefallen dass da an diesem system irgendwas falsch läuft also an dieser stelle muss dringend 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 nachgearbeitet werden ein anderes modell rein dass im endeffekt die tier stufen untereinander auf dem rank nur gegeneinander spielen können beziehungsweise man da abstriche macht okay pass auf tier 5 und tier 6 können zusammenspielen das dann in die plus rank also das im endeffekt mehrere abschnitte berücksichtigt werden beim matching die dann am ende das ganze zusammenführen und dann nochmal ein kritikpunkt der vielleicht nur von mir selbst kommt aber was das ranking system angeht also wir haben hier die ganzen ranks und um diese zu erreichen müssen wir schon ordentlich was tun also wir wenn wir gewinnen kriegen wir welche dazu wenn wir verlieren verlieren wir aber auch gleich wieder 25 dass diese rank punkte auch so hoch angesetzt sind einerseits nachvollziehbar andererseits kaum vorstellbar dass jemand diese ranks als otto normal verbraucher erreichen kann nur weil er gut spielt weil alleine die zeitgabe die wir haben dadurch dass battle state games ja wohl vor hat arena immer zu wipen mit escape from tarkov wipe das heißt wir würden da jedes mal wieder von vorne anfangen wenn sich das auf das ranking bezieht und das heißt für jemanden der echt gut spielt der aber vielleicht relativ wenig zeit zum spielen hat weil er familie hat weil er einen job hat der ihn ziemlich auslaugt was auch immer hat er gar nicht die möglichkeit diese art von oder diese menge an punkte zu sammeln um am ende superhero in arena zu werden weil zeit scheint hier der größtmögliche faktor zu sein natürlich auch skill und da weiß ich noch nicht ob sich das wirklich so richtig ausbalanciert dass zeit sich da einfach mehr rechnet und die die mehr zeit haben haben automatisch mehr den vorteil das ist richtig das gebe ich zu aber ich finde es ist auch wichtig an dieser stelle eine balance zu finden dass wir am ende auch die die wenig zeit haben und trotzdem richtig gute spieler sind dass die auch die möglichkeit bekommen möglichst gut einzuranken und nicht wieder resettet werden nach fünf sechs monaten einfach bloß weil ein escape vom tag auf ein vibe ist dann arena ein vibe zu machen schon schwachsinnig dann keine ahnung gibt denen die möglichkeit das irgendwie mit perks zu machen oder was auch immer dass sie dann wieder von vorne anfangen und dann können sie irgendwelche anderen sachen freischalten sehe ich schwierig eure meinung gerne dazu mal in den kommentaren wie ihr das ganze seht wie ihr denkt dass sich das realisieren lässt ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig was das werden soll zu dem problemchen was natürlich jetzt die einzelnen zugänge angeht dass der ein oder andere früher und der andere später zugang hatte da möchte ich gar nicht großartig weiter darauf eingehen ich denke das problem ist mittlerweile jedem bekannt dass das da ein bisschen schief gelaufen ist bill ist hat sich dort auch entschuldigt und versucht danach zu arbeiten ich sage aber auch immer gerne natürlich man soll den support nicht überfluten aber wenn ihr das gefühl habt ich bin jetzt gerade benachteiligt worden weil ich habe die edge of darkness version bereits seit so und so vielen jahren und ich habe eft arena relativ zeitig geclaimt aber habe den zugang noch nicht schreibt doch mal kurzen support an legt ihnen die sachen grundsätzlich nieder und wartet ab was sie schreiben es hat in der vergangenheit ich habe die tipps meiner community auch schon gegeben und es gab positive resonanzen die wurden dann freigeschaltet fluchen und meckern ist die eine sache bringt euch meistens aber keinen schnelleren zugang als wenn ihr einfach das gespräch sucht und dort versucht eine lösung zu finden genauso hatten wir es letztens dass auch einer aus der community also ein zuschauer feststellen musste dass er eft arena erst viel zu spät geclaimt hat und der andere bei dem vorbestellen bei eft arena noch gar nicht geklickt hat er hat zwar die edge of darkness version aber er hat eft arena noch nicht geclaimt für jeden der eher edge of darkness version hat die auf tag auf.arena.com auch euer spiel beziehungsweise eure version von arena geclaimt dass ihr sie habt ihr kriegt dann meistens wenn ihr auf eurem profil guckt auch wann ihr das geclaimt habt so nochmal zusammengefasst escape from tarkov arena ist ein top spiel mit den kleineren problemchen es überzeugt aber trotzdem immer noch durch atmosphäre durch das geile gameplay was man hat durch die ganzen spiel mechaniken die spaß machen das ganze spiel sich selbst zu verbessern andere presets freizuschalten und so weiter das macht einfach ungemein viel spaß es fühlt sich ungemein gut an und man möchte auch immer weiter machen natürlich hat es wie gesagt die ein oder anderen problemchen die irgendwie gefühlt bei jedem spiel am anfang mit dabei sind deswegen lege ich dieses spiel aber lange nicht an akta und deswegen fluche ich auch nicht des todes rum größtmögliches problem meiner meinung nach aktuell sind einfach nur die presets balancings die passieren müssen und die waiting time weil ich würde mir doch schon wünschen nach circa zwei bis drei minuten hätte ich gerne mein match damit ich dann spielen kann und nicht mehr zeit im warteraum verbringe als dass ich spiele deswegen hier an dieser stelle bin ich auf jeden fall voll euphorisch und hoffe dass es auf jeden fall nächsten zeit schon viel besser wird und dass wir viel spaß in tarkov arena haben werden ich bin auf jeden fall gespannt ich freue mich auf jeden fall drauf mit euch auch ein paar runden zu drehen und in der arena mit euch ordentlich zu rasieren und natürlich bin ich gespannt wie es jetzt weitergeht mit tarkov arena wann die ersten änderungen kommen und wann wir das spiel komplett so genießen können ohne dass wir vielleicht sogar meckern müssen ja meine freunde mit diesen worten war es das von meiner seite aber auch ich hoffe ihr konntet den ganzen video ein bisschen was abgewinnen habt auf jeden fall ein bisschen was von der kritik mitnehmen können vielleicht auch ein bisschen ein paar eindrücke von mir selbst mitnehmen können die ihr selber noch nicht hattet und vor allen dingen wenn ihr selbst eindrücke habt habt ihr mir sie hoffentlich in den kommentaren gelassen an dieser stelle wie gesagt bin ich aber auf jeden fall erstmal raus ich wünsche euch jetzt viel spaß in der arena man sieht sich im stream würde mich auf jeden fall freuen ich bin's wie immer ganz schaut danke euch fürs zuschauen und sage bis zum nächsten mal ciao ciao